Alter, vorhin einfach so gedacht, ja komm, was sagt der Chat, wie wär's denn mal wieder mit timen und so, ha, komm, timen, ist immer so sackgängig Und dann, ach komm, gehen wir mal nochmal ein bisschen auf timen Sind ja auch so viele, sind ja auch so viele von den Eichhörnchen gerade wieder in den Rekorden drin Und jetzt sowas hier, ey Was für ein Monsterbrocken Alter, der Mattes Berlin Komm, 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 komm So, auf 10 Meter Ich bleib jetzt auch einfach hier, ich mach jetzt auch irgendwie den Anker lichten und sowas, das passt jetzt eigentlich alles schon Der ist auch schon relativ fettig Hat auch schon lang genug gedauert, jetzt hier die Aktion Theoretisch könnte ich jetzt Bremse dicht machen Mach ich aber nicht, dafür macht er mir zu viele Kopfschläge Und außerdem kurbel ich ja langsam, Stück für Stück Na komm, Alter Alter, was für ein Monster, ne Dass der, als der gerade so hochgekommen ist Fünf Meter Ist das der Hammer, Alter So, er ist im Fünf-Meter-Bereich immer noch Da ist schon wieder was zu sehen Ist direkt unter mir jetzt hier, ey Komm, 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 komm Mach mal nicht einen auf den hier Nicht vorbeischwimmen an mir Direkt unter mir, das Monster Sieht man nix, ne Immer noch auf fünf Meter, immer noch im Fünf-Meter-Bereich Das Gute ist, dass die, dass die einfach so gut schnell einkurbelt hier, die Rolle Für genau solche Sachen, äh Da kommt das Vorfach Alter, Falder Da ist der Brocken Leck mich fett, Alter Alter, was für ein Megafisch Ach du Schand Was? O-M-G Alter, Falder Ha, 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 ha Oh 58, fast 59er Alter, was für ein Riesen-Monster Boots-Ticket läuft in 40 Minuten ab Alter, was für ein Fresskopf Boah Boah Ha, 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 ha Hammer, hammerhart, ey Richtig krasses Ding, ey Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Oh Alter, wie heftig Ja, nice, Alter 58 Kilo Timen Kratsching Alter, was ein Dingin Und damit Trophy Nummer Trophy Nummer 94 Boots-Ticket läuft eh gleich ab Kann ja auch ins Wasser fallen Abgefahren Da ist er, der globale Wochenrekord 58,9 Joa, also von hier Von der Stelle aus Sozusagen Immer schön runtergeballert Ausgeworfen Und dann Tempo 16 Ein, zweimal gekurbelt Ein, zweimal gekurbelt Und auf einmal kam der Einschlag Boah, ey So, jetzt gucken wir aber erst mal rein hier in den Kescher Was der denn so an Kohle bringt, ey Ist ja der Oberhammer, ey Hammer Boah, krass Aber wie der hochkam schon Beim, beim Wenden Und sich aufgebäumt hat Alter, was für ein riesen Kopf Was für ein riesen Brocken Ist der Kaffeeauftrag drin? Ah, Hecht nur drin Ah, da muss ich noch mal eben den Hecht fangen Leider nein, leider gar nicht Ah, und im Fischmarkt Da ist, alter Fall Hahaha 1000 Really? Ein 1052 Ocken Ach, komm, Alter Das ist aber viel Aber das geht bestimmt auch drauf hier Von den Repkosten, ja, oder? Guck mal hier Der mit 25 Das ist doch angenehm Für 100 Silber Das war doch angenehm Alter 1.052 Tacken Krass 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 Schönes Teil Richtig schönes Teil Jetzt gerade nochmal eben gucken Vom Setup her Das war das Setup Auf dem 55 Kilo Und Verschleiß Technisch Die Bremse Musste ja leider Ein bisschen glühen Zweimal Aber es geht 5,8% Gesamtverschleiß Jetzt erst Hier drauf Geht absolut fit Geht auch absolut klar Geht absolut klar Also dafür, dass das Ding Ein bisschen geglüht hat Also absolut in Ordnung Ja, absolut in Ordnung Krass Krass, krass, krass Ja, geil, ey Nächste Trophy abgehakt So soll das das so So soll das sein Ja, das ist natürlich Der absolute Oberhammer So einen Fisch zu fangen Und natürlich auch super selten Richtig, richtig nice Also, wenn es dir gefallen hat Daumen da lassen Kanal abonnieren Gefällt mir Und dann sehen wir uns In einem der nächsten Videos Oder mal im Livestream Hier auf Twitch Montags, Mittwochs und Freitags Immer auf Twitch Und an den anderen Tagen Immer live auf YouTube 19 Uhr Petri Wir sehen uns hier ompatibel Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.